Photoelektrische Effekt, kurz Photoeffekt, ist ein Phänomen, bei dem das Licht in der Lage ist, Elektronen aus der Materie herauszuschlagen. Um den Photoeffekt zu beobachten, brauchst du eine Lichtquelle. Diese sollte monochromatisch sein, also nur eine Lichtfarbe aussenden, z.B. nur rotes Licht. Dann brauchst du einen Plattenkondensator, der aus zwei metallischen Elektroden besteht. Die eine Elektrode ist positiv geladen, die andere negativ. Beim Photoeffekt ist es sinnvoll, dass man die Polarität des Plattenkondensators ändern kann. Und als letztes brauchst du ein Spannungsmessgerät zum Messen der Spannung zwischen den beiden Kondensatorplatten und ein Strommessgerät zum Messen des Elektronenstroms zwischen den Platten. Das war's auch schon. Das Revolutionäre beim Photoeffekt war es, dass Einstein angenommen hat, dass das Licht nicht wellenartig, sondern teichenartig ist. Es besteht aus vielen Lichtteilchen, die Photonen genannt werden. Jedes Photon trägt eine bestimmte Energie Wp, die nur von der Frequenz f des Lichts abhängt. Um die Energie eines Photons zu bestimmen, multiplizierst du diese Frequenz mit dem Wirkungsquantum H. Das ist eine Naturkonstante, die den Wert 6,6 mal 10 hoch minus 34 Joulesekunden hat. Meistens kennst du statt der Lichtfrequenz die Wellenlänge Lambda des Lichts. Du kannst die Photonenergie auch mit der Wellenlänge ausdrücken. H mal c durch Lambda. Hierbei ist c die Lichtgeschwindigkeit mit dem Wert 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Wenn du bspw. für den Photoeffekt die Wellenlänge von 780 Nanometer verwendest, das entspricht einem roten Licht, dann ist die Energie eines einzigen Photons 2,5 mal 10 hoch minus 19 Joule. So ein Photon fliegt mit Lichtgeschwindigkeit und prallt auf die Metallplatte drauf. Wenn die Energie des Photons zu klein ist, d.h. du benutzt zu kleine Lichtfrequenz, dann passiert gar nichts. Wenn aber die Energie des Photons groß genug ist, dann schlägt das Photon ein Elektron aus der Platte heraus. Die Energie, die notwendig ist, um ein Elektron herauszuschlagen, wird als Austrittsarbeit W bezeichnet. Erst wenn das Photon eine Energie hat, die größer ist als die Austrittsarbeit, dann kann es ein Elektron herausschlagen. Du kannst die Austrittsarbeit ganz einfach herausfinden, weil du nämlich weißt, wie man die Photonenenergie bestimmt. Wenn du die Lichtfrequenz erhöhst, kommst du irgendwann bei einer Photonenenergie an, die ausreicht, um ein Elektron herauszuschlagen. Diese verwendete Lichtfrequenz, ab der das Elektron austritt, wird als Grenzfrequenz f0 bezeichnet. Wenn du sie mit der Planck-Konstante multiplizierst, dann erhältst du eben die für das Herausschlag notwendige Energie eines Photons, also die Austrittsarbeit W. Wie vorhin gesagt, wenn du nicht die Frequenz, sondern die Wellenlänge kennst, dann kannst du auch die Austrittsarbeit mit h mal c durch Lambda Null berechnen. Hierbei ist Lambda Null die Grenzwellenlänge. Die Austrittsarbeit ist natürlich abhängig vom verwendeten Material der Elektrode. Aus einer Natriumplatte ist es beispielsweise leichter eine Elektron herauszuschlagen, als aus einer Aluminiumplatte. Bei einer Natriumplatte muss das Photon mindestens 3,6 mal 10 hoch minus 19 Joule haben. Für eine Elektrode aus Aluminium muss das Photon mindestens 4,2 Elektronenvolt haben. Ich habe extra verschiedene Einheiten benutzt, um zu zeigen, dass die Energie oft in Elektronenvolt angegeben wird. Du kannst Joule in Elektronenvolt ganz einfach ineinander umrechnen. Wenn die Energie in Joule angegeben ist, dann dividiere sie durch den Wert der Elementarladung 1,6 mal 10 hoch minus 19, um den Wert in Elektronenvolt zu bekommen. Wenn die Energie in Elektronenvolt angegeben ist, dann multipliziere sie mit dem Wert der Elementarladung, um sie in Joule umzurechnen. Nachdem ein Photon die Austrittsarbeit der Platte überwunden und ein Elektron herausgeschlagen hat, verlässt das Elektron mit einer bestimmten Geschwindigkeit v die Platte. Das Elektron hat also eine kinetische Energie wie Kinn nach dem Austritt. Wenn wir die Geschwindigkeit des Elektrons kennen, können wir die kinetische Energie ganz leicht berechnen, nämlich mit 1,5 mv². Die Masse des Elektrons kennst du, wenn du in die Formelsammlung guckst. Sie hat den Wert 9,1 mal 10 hoch minus 31 kg. Doch woher kommt diese kinetische Energie? Sie kann ja nicht aus dem Nichts entstanden sein. Schauen wir uns die Energieerhaltung an. Wir haben die Energie eines Photons verwendet. Nur diese Energie steht uns zur Verfügung. Ein Teil davon wurde benutzt, um die Austrittsarbeit zu überwinden. Und was ist, wenn das Photon eine größere Energie besaß als die Austrittsarbeit? Wo ist diese Restenergie hin? Genau diese Restenergie IST die Bewegungsenergie des Elektrons. Nach der Energieerhaltung haben wir also eine Formel für den Photoeffekt hergeleitet. Photonenenergie ist gleich kinetische Energie plus Austrittsarbeit. Das ist die sogenannte Einstein-Formel für den Photoeffekt. Woher wissen wir überhaupt, dass ein Elektron sich mit irgendeiner Geschwindigkeit aus der Platte heraus bewegt? Wir können es ja nicht mit bloßen Augen sehen. Hierzu kommt der Plattenkondensator ins Spiel. Das, was wir jetzt machen, wird als Gegenfeldmethode bezeichnet. Wir schalten den Plattenkondensator so an, dass die Platte, die mit Licht bestrahlt wird, positiv geladen und die gegenüberliegende Platte negativ geladen ist. Das hat zur Folge, dass herausgeschlagene Elektronen abgebremst werden, weil sie ja von der gegenüberliegenden Platte abgestoßen werden. Wir können diese Abstoßung vergrößern, indem wir die Spannung zwischen den Platten erhöhen. Wenn wir die Polarität des Kondensators so einstellen, dass Elektronen abgebremst werden, bezeichnen wir die Spannung als Gegenspannung oder Bremsspannung. Wenn die Spannung nicht groß genug ist, dann wird unser Strommessgerät irgendeinen von Null verschiedenen Wert anzeigen, weil Elektronen es schaffen, die gegenüberliegende Platte zu erreichen. Wenn wir aber einen Spannungswert, nennen wir diesen O0, erreichen, bei dem der Strom auf Null gesunken ist, dann kommt kein Elektron mehr bei der gegenüberliegenden Platte an. Dieser Wert der Spannung, bei dem der Strom auf Null gesunken ist, ist sehr wichtig, denn bei diesem Wert haben wir es geschafft, auch die kinetische Energie des Elektrons auf Null zu bringen. Als das Elektron von der einen Platte zur anderen geflogen ist, hat es bei diesem Spannungswert U0 seine komplette kinetische Energie in potenzielle Energie umgewandelt. Um diese potenzielle Energie mithilfe der Gegenspannung zu berechnen, musst du lediglich O0 mit der Ladung des Elektrons multiplizieren. Die Einstein-Formel können wir also auch so mithilfe der Gegenspannung schreiben. Wir können den Fotoeffekt in einem Energiefrequenzdiagramm veranschaulichen. Auf der Y-Achse tragen wir die kinetische Energie des Elektrons auf und auf der X-Achse die verwendete Lichtfrequenz. Wenn du in einem Experiment bei einem kleinen Wert der Lichtfrequenz f startest und sie langsam erhöhst, dann wirst du sehen, dass die kinetische Energie linear mit der Frequenz ansteigt. Zeichne die gerade etwas weiter, dann erhältst du den Y-Achsenabschnitt, der der Austrittsarbeit W entspricht. Der X-Achsenabschnitt ist die Grenzfrequenz f0. Hier hat das Elektron noch keine kinetische Energie, wurde aber gerade noch so herausgeschlagen. Und das Besondere an diesem linearen Zusammenhang ist, dass die Steigung der Geraden dem Planck'schen Wirkungsquantum H entspricht. Du kannst also den Fotoeffekt dazu nutzen, um eine der wichtigsten Naturkonstanten der Quantenmechanik experimentell zu bestimmen. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.